damit herzlich willkommen zurück zu rise of the tomb raider ja wir sind jetzt noch an dem lagerfeuer da erst mal wieder im frieren und wir müssen erst mal gucken wo wir werden müssen ok 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 das ist ein bisschen her und woche nach dem spiel habe ich über habe über weihnachten pause gemacht und ich gucke jetzt noch mal bei dem lager ob ich da nicht irgendwie ob ich da nicht jetzt und sterbliche wächter wie sie sind unsterbliche wächter aus das kann ich alles auch nicht machen weil ich dann noch feld brauche holzbäucher noch als viel zu wenig schade gut ich brenne ich brenne ich meine nein auf jeden fall sehr viel mehr holz okay so gehen wir mal rein schauen wir mal machen können was habe ich denn hier das flotgewehr und das alles klar so wie ich weiß ist ja der anders als bei uns schadet man schadet kann man ja nur zwei waffen tragen und daher ist das nichts ungewöhnliches hier bei rise of the tomb raider dass man mehrere tragen kann jacob das ist das reinste chaos hier keine spur von ihren leuten so viel hat sie vielleicht in die katakomben unter dem turm gebracht aber ich erreiche sie nicht okay dann suche ich dort nach ihr wir haben fast alle verletzten evakuiert die stoße bald zu ihnen wunderbar macht das und ob ich habe in den letzten tagen als schadet gespielt deswegen ist das jetzt ein bisschen ungewöhnung sache wieder von der unschade collection ok war mal schauen wenn wir hier weiter kommen ja ich wollte mich nur vergewissern dass es auch da weiter geht naja das ist auch weiter geht also noch mal so ich kann mal loslassen okay wo wir schauen hier geht's schön und da also und eine vier tauchen kommen spiel erspart mir besser Ja, ja, gut. Und ich esse es nicht zu spät. Scheiße, Trinity. Das ist, äh, keine gute Sache. Natürlich gott zu gucken, dass wir hier nicht irgendwie diese Sachen vergessen. Achso. Das ist ja schon scheiße, ne? Oh Gott, nein. Ah, hier ist ein bisschen Schaden angerichtet worden. Ein bisschen viel. Deswegen lassen wir ein paar Sachen einziehen. Hm, hab ich schon noch. Ich will antworten, aber welche Wahl habe ich jetzt? Ich kann Trinity diese Leute nicht auslöschen lassen. Es gibt Grenzen, die ich vor langer Zeit überschritten habe. Und es gibt kein Zurück. Kein Löschen der Vergangenheit. Sie ist immer bei mir. Ich muss ihnen helfen. Es ist klar, dass Jacobs Leute für ihn sterben würden. Und er für sie. Solche Loyalität ist selten. Und sie hier zu finden am Ende der Welt, ist wirklich erstaunlich. Wenn ich für sie kämpfe, vertraut Jacob mir vielleicht genug, um mir alles zu erzählen. Kann möglich sein, ja? Da hat er genug Krampfe dort. Ah, hier ist nochmal Holz. Wir müssen hier... Da haben wir genug von... Holz ist anscheinend auch viel zu viel. Ja. Okay. Ist klar, gehen wir weiter. Der Ruf ist klar. Was sollen wir mit diesen Gefangenen machen? Erledigt sie! Nicht schießen! Einen verfehlt. Ab jetzt sei gründlicher. Wie ist unser Status? Sieht sauber aus hier. Team 4 sucht in den Tunneln nach einer Spur des Atlas. Ausschwärmen und Bereich durchkämmen. Alles töten, was dich noch bewegt. Und nimm die Messer, wenn es geht. Wir müssen Munition sparen. Puh. Ich habe ja noch, äh, Giftpfeile. Ich habe ja noch, äh, Giftpfeile. Ich muss gucken, da ich jetzt nicht irgendwie Fehler mache, von denen die mich sehen. Deswegen. Das war leichter, als ich dachte. Hätte auch anders ausgehen können, wenn sie mit uns gerechnet hätten. Sei auf der Hut. Wir wollen den Atlas finden. Sie werden ihn nicht kampflos hergeben. Ja. Das kommt nicht zu nahe hier hin. Nicht zu nahe. Ich warnen. Wie ich dich warnen. Ich muss nicht warten. Vielleicht tun die sich alle wieder dazu sammeln. Was ich jetzt glaube ich machen konnte, wäre mich jetzt dahin zu stellen und na komm, tut euch wieder zusammenstehen. Ich muss so sehen, dass wenn er weggeht oder sich umdreht, dass ich ihn dann packe. Ah, scheiße. Der Ruf ist klar. Wir haben ihn mit diesem Gefangenen wahr. Erleidigt sie! Nicht schießen! Ja! Nicht schießen! Ausschwärmen und Bereich durchkämmen. Alles töten, was dich noch bewegt. Und nimm die Messer, wenn's geht. Wir müssen Munition sparen. Perfekt! Dammt! 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 So... Dammt! Dammt! Die Wunder! Ah War's anscheinend So, perfekt. Die One-Girl-Army ist das hier, wirklich. So. Beide! Weg mit der Waffe! Ah, meine Liege! Wow! Ich dachte, ich sterbe jetzt! Ah, meine Schaffe! Hey, hey, langsam! Diese Mystikale sind referiert. Vielleicht haben sie Fallen gelegt. Keine Angst, ich töte alles, was sich bewegt. Geh jetzt langsam rein. Augen aufhalten! Na ja, so weiß man nie, ob Leute einen netten Falle stellen. Ich verrate euch gar nichts. Weißt du, ich glaube dir. Darum werden wir dich weiter prügeln, bis du aufhörst zu atmen. So weiß der Nächste, den ich nach dem Atlas... Schweine! Bind mich los! Ich werde jeden einzelnen kalt machen! Ruhig, Sophia! Das ist dein Blutbad! Wir verlieren zu viele Leute! Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die Übrigen in Sicherheit bringen. Der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Das wird schon wieder. Ein Fähigkeitsbomb. Yay! Mir geht's gut. Ich komm klar. Wir müssen die anderen in Sicherheit bringen.